Und dann hauen wir hier noch den weg Und den mal ne Irgendwie habe ich jetzt eigentlich 23 24 25 25 26 27 28 29 Und 30 Gut Genau 30 Obsidianen, so viel wollte ich erst mal haben, so viel haben wir jetzt auch erst mal Schön Dann würde ich sagen, laufen wir zurück, hier nehmen noch ein bisschen die Rohstoffe mit, ach ja, solchern kann ich gerade nicht, genau Aber hier, die kann ich zum Beispiel noch übereinander hauen Das einzige, worauf ich jetzt im Nachgang verzichte, was ich jetzt nicht mitnehme, ist Eisen Äh, ach Eisen, Quatsch, nee, äh, Kohle Weil ich denke doch, dass wir da genügend haben Ähm, für die Diamanten, die würde ich aber in der Wand lassen, da würde ich auf jeden Fall meine Glücksspitzhacke mal holen Und da ich mich erkenne und weiß, dass ich verdammt vergesslich bin, würde ich das jetzt auch gleich noch machen Da kann ich noch meine Kisten leer, äh, meine Kisten leer machen, mein Inventar ein bisschen leer machen Ich denke, das sollte doch ganz gut funktionieren Wenn man nur mal diese lange Leiter hoch wäre Äh Gut, ich würde jetzt Auf den Monsoon warten, der gerade draußen losgebrochen ist Und danach Gucken Wir mal Ah, ja, Rumbi ist gerade reiner Ach, was, was ist denn meine Kleene, hm? Was ist denn? So, hier, dann Cleanies Nein, ja, Cleanstone Eisen, Eisenerz Erze, nee, Kohle Erze Gut, Kohle, die behalte ich Redstone, komm hier rein Und auf den Schreibtisch drauf, das war doch zu erwarten Gut, ich habe noch ganz viel andere Sachen im Inventar, die ich nicht brauche Na rum, wie kommt man her So Gut Äh, wo war ich gerade? Ah, genau, die Pilze, sollte ich noch wegräumen Pflanzliches Nahrung Weizen und Samen Ah, genau, Pilze Genau, Pilze Die Eier Das Fleisch So, und jetzt habe ich mehr Platz Und kann mir die Spitzer geholen Ausrüstung Werkzeuge Gutsamkeit Glück drei Glück drei Bin ich ja mal gespannt, wie viel wir jetzt rausbekommen Die Diamanten werde ich dann auch gleich nochmal hochbringen Ist zwar dann ein bisschen hin und her gelaufen Aber ausnahmsweise mache ich das mal Ich muss ja dann eigentlich eh wieder hochbewegen Oh, weil ich ja so nicht in die Monsterfall reinkomme Zum Glück So, au So, mal ganz vorsichtig hier ringsrum buddeln Ah Mehr Diamanten Viel mehr Diamanten Nice Gucken wir hier unten noch was Nein Ach, Mist Na gut Fangen wir mal an Und Ja Drei, vier, fünf Alter Wie viel waren das jetzt 15 Diamanten Ach, du Scheibendeleister Gottes Willen Geil Ah, 15 Diamanten Ist das herrlich Halt hier lang Oh Au Da macht das doch Spaß 15 Diamanten Scheiß doch die Wand an Kann ich mir bald auch mal ein Schwert verzaubern und so Aber ich glaube, das sind ja schon Diamantspitzhacken Ne, ja, ja, genau Diamantspitzhacken Ne, die war im Lager bei Werkzeuge Ich meine, die Ultimate Fist ist ja momentan eh noch mein wichtigstes Technik und Erze Ist eine zu früh Hier rein So Technik und Erze Kohle Andere Erze 26 Diamanten Geil So Und jetzt gehen wir wieder in unsere Monsterfalle Um dann hier ein bisschen Ramsdi-Wooling zu machen und ganz viele schöne Dinge zu tun Zum Beispiel nämlich bauen Und hier oben vielleicht noch Cleanstone mitnehmen Ist denn hier noch Cleanies drin? Ich dachte ja schon Und zwar hier nicht Hier nicht Hier nicht Und hier auch nicht Na gut, dann nicht So, nur mache ich mir einfach wieder vier Stacks Ich habe ja noch was dabei Das war jetzt habe ich mir, glaube ich, einen Simventar getan, weil ich es so entschärfen wollte Nochmal, ne? Ich versuche dann noch dran zu denken, dass ich das mitmache So 30 Obsidialen Kommen wir ja schon mal ein Stück weiter Denke ich, glaube ich, hoffe ich Zack, zack, zack Ne, hier, ne Möchte mal Mal überlegen Ich würde dann vielleicht sagen, ich kämpfe durch Eine Seite durch gegen die Monstren Wäre dann Quasi Moment, wenn ich das jetzt hier so mache Kann ich dann unten drunter durch gegen die Monster kämpfen? Ne, ich müsste dann darüber gegen die Monster kämpfen Aber auch das kann ich nicht Hm, kompliziert Oder Moment, ich habe da gerade eine Idee Da brauche ich zwar dann Bisschen was dafür Aber es wäre eine Idee Wenn ich jetzt sage Ich mache hier Außen mal noch ein bisschen Trotzdem ein bisschen Technik ran Gut, ich brauche dafür jetzt Ungefähr Wo ich brauche dafür Zwei Pisten Ein Stack Redstone Ein paar Repeater Und einen Hebel habe ich, glaube ich, dabei Ich denke, das wird schon ganz cool Weil da kann ich dann einstellen Ob ich jetzt gegen die Monster kämpfen will Oder die einfach nur sammeln möchte Weil ansonsten muss ich jetzt mal Gegen die Strömungen ankämpfen Und so Das ist dann doof Den Eingang zur Mine Wollte ich nochmal vorlegen Oder irgendwie Zumachen oder so Technik und Doch, Technik und Erze Das ist die Technik Klebrige Kolben Ne, brauche ich jetzt, ne Redstone, Repeater, Holz habe ich Clean-Niss habe ich unten Eisen, Kobbel und Holz Gucken, Kobbel Halt hier nochmal Holz So So, dann Zack, 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 zack Eisen Redstone So, es sind zwei Kolben Dann machen wir gleich nochmal ein paar Repeater So, vier Fackeln Ich meine, so viele möchte ich als Unimang Ich habe da nochmal ein bisschen mehr Cleanies mitgenommen So, nochmal Vier 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 Eins, zwei, drei Vier, fünf Gut, das war einer zu viel Zack, 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 zack So, vier Repeater dazu Das habe ich, das habe ich auch Gut Hebel Habe ich auch Ich denke, das wird auf jeden Fall sehr schön Oh, halt Das war jetzt ein Schlenker zu weit nach links Oder rechts Die zwei Glas Die Bei, ne, die behalte ich mal noch Ich will ja jetzt hier noch nicht gleich Loslegen Genau Hier haben wir Noch Steine So, jetzt muss ich mal gucken Och, und dann miaut es wieder Hm Ich hatte doch hier eigentlich schon Ah, ja Ich sehe schon, woran das jetzt liegt Hm So, das sind dann quasi Hier die Pistons Dort und dort Och, miau Das klingt immer so niedlich, wenn Rumbi miau macht Ähm Wasser So, ok Dort Dort Okay, dann Repeater schon mal davor Gut, hier lege ich jetzt mal keinen Wert auf Clean Sonst ist mir jetzt eigentlich auch mal wurscht Ah, genau Komm ich dann hier durch Dort raus Hier lang Oh Ich glaube, das muss ich genau anders drum machen Moment Ich glaube ich habe ja gerade Ne, ich muss jetzt mal probieren Das muss ich jetzt einfach mal probieren Wie das vielleicht gut geht Mal gucken Also Die Kolben Einen noch tiefer Nein Alter, nein So Ähm Angesteuert Dann Da lang Und Da lang Gut Gut, das müsste jetzt eigentlich ohne Probleme funktionieren Das wäre ja Auch seltsam Wenn nicht So Da wäre dann jetzt Oh, würde ich das dann so machen Hm, da muss ich jetzt erstmal hier Cleanis drüber Ähm Machen wir das mal so Davon würde ich jetzt die Leitung gleich mal hier rauslegen schon Nein Nein, hier und hier Ähm Ja Genau Zack, 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 zack Repeater Dann kann das Wasser dann eben glaube ich jetzt nicht mal ganz so weit fließen Und da wäre dann quasi Da eine Wasserquelle Und Hier muss noch rein Und Na, blöd Ach Fuck it So Nochmal Nochmal die Kabelschächte So Hier Kommt das dann rein Und Hier nochmal ganz kurz Hier geht ja irgendswur runter so genau ja genau so hatte ich mir das gedacht und wenn ich jetzt hier das den Hebel umlege müsste das